da sind wir zurück und dann kommen noch mal nach die ellie brauchen eine bessere rüstung die hat nicht nur 16 die hat drei okay hat sich schon erledigt wir haben nichts kommen wir da auch rein ist der nur okay finde ich gut ähnlich mit dem reden kann aufgaben das könnte ich auch fragen ich werde größtenteils beschossen oder gebissen oder verfolgt du hörst du den banditen die anderen haben ihre waffen das reden übernehmen lassen was things hereabouts are and anyways i'm bored name is lillian lady name mccass hired my crew is gun hands got left here to watch for clio reinforcements they all got pinned inside so i can't say as a mind wo wir halten uns dann hier gerade statt uns abzuknallen was dreht was dreht ihr für ein ding wenn ich fragen darf don't mind the asking but i ain't telling you want details go talk at miss high and mighty what's her name she's in the labs in down kannst du kontaktieren das ist ein burschätzig if a whole team of gun hands can't get through anti cleo security what makes you think i could alone i paid near enough to be dumb es ist halt genug oder halten wir uns dann abzuknallen ich bin schweiz ich bin in der dörd all day and i got bugs und places you don't need to know about how about i'm on a fucking break got a smoke auch hier thanks sister schlechter tag mhm klingst du jetzt war der schiff in harte knochen i've had better lost some things in the dust up but i didn't get eaten like some of our crew got that going for me oh dear we'll find out some of them were okay you don't get too close to this one this is an überaufgang geschichte ich dachte was steht's los well ain't no one gonna regret his passing least of all his mama i was near the raptor dawn pen when they got loose had to set a few to rights when i got to checking if all my parts were still attached i realized i dropped my cigarette case oh no jetzt nicht zurück und holst es ich weiß worauf das genau so ich du bist beschäftigt aber wenn ich jetzt hole gibt es eine belöhnung stimmt haha i look busy to you it's surrounded by pissed off raptadons my mama didn't raise no dumb asses this was a spacers choice commemorative case some promo for founding day they did back in i forget the year worth decent bits to collectors if she can't hang on to it maybe be better off in someone else's hands ich finde bringe ich es dir warst du deinen sekunden verloren sagen wir mal sagen wir mal ich kriege es was würde sie verspringen lassen ach now door wrapped it on pen yonder past the main entrance well only knows why they're breathing the damn things hmmm ja i'd be obliged just don't lose any parts trying gut okay mach ich mal eins nach dem anderen mädels was kein fremd am pfeil war ich verletziert ach kinders was soll ich mache ich habe nichts anderes übrig einzugehen alles umzumen also ich im gegensatz zum ersten wo man sie echt schlimm gut er ist ausgefallen so er nimmt es doch mit hallo dankeschön ja ich ganz gut hier drin aus ne geile rüstung alter ich bin keine bedrohung ich bin nur ein freischaffender auf der durchreise und auf der suche nach arbeit sollst du das kommando haben alle fünf minuten wir hier jemand den kopf weg brüsten mach mal das figure for body makes a habit of walking towards gunfire they got to expect a few bullets in their direction bad news is we have been able to clean these outlaws out of the lab good news is they have been able to escape neither als ein part kennst du sie könnten sie die strich rauskommen that's how they got in we got that lock down there's no access from their level without a security key card that also means no fresh air down there probably reeks wrapped it on musk couldn't happen to a nicer bunch hmmm wie seht ihr bisher mit der drüben klargekommen nicht so gut wie es aussieht they don't care which side their lunches on but the rapt cells are down with the outlaws so they are the appetizers when it looks like they're fixing to make a sally upwards i have a sniper pop the lock on a rapt cell it's kept them busy mhm mhm thanks company will probably bill me but better lose a rap than get shot i says for now i reckon they got no backup on the other hand we don't neither and our mechanicals all went haywire for some damn reason doc crane ain't liable to call the company in until things are under control hmmm warum ist äh warum müsste passieren was was müsste passieren damit die dinge in ordnung kommen warum nicht wer ist doch äh dieser crane ah ja anton crane runs the lab likes to think he's the only one doing his job maybe he is for all that mostly the obvious get the raptadons under control get these outlaws under six feet of dirt and somebody fetching doc cranes research i reckon you can tell us where to look or do we got a guess about all he talked about before he let out of here was the data in his office probably should have taken it his damn self äh fordung zu sagen was reden wir hier von notizbüchern speicherbändern oder was äh ich verstehe nicht warum jemand diesen ort angreifen würde äh schon eine interessante frage best i can figure they were hoping to steal something valuable hidden lab got to be something worth hiding yeah thief logic okay wo ist kranes büro suche nach rossel jetzt noch ein kleines bringe okay die schächte verriegelt durch die eingreifung haben sicher dass sie halten pretty damn sure the shafts are sealed with four centimeter hatches ja okay mahlzeiten they're not getting back out that way without a security key card they need to take mine or make a new one in my office i guess who me or you mean the lab in general so for something i don't know years back they made antibiotics you can maybe ask doc crane what he does all day ich schätze ich will keine rolle sagen dass ich sage bist du gar nicht neugierig was wenn er etwas illegales ist ich will dir alle auf die firma vertrauen das ist echt faszinierend was ist mit äh porter was machst du hier ich bin in charge of site safety engineering in den meisten Tagen bedeutet das, dass die Leute nicht in den Städten zu fahren ziemlich ruhig hier draußen also normalerweise auch hier in den meisten Tagen gibt es nichts zu hören, aber Wind, Bugs und die Gebäude fallen langsam zu Pielen ja die verfallen während ihr drin lebt es ist nicht so wie die Räne kommt auf den Rücken nicht noch immer gut warum willst du das wissen? woher eine sicherheitsschlüsselkarte ich will genau wissen, dass es hier ist, du sagst, dass wir benieten könnten deine Karte anviertigen und du bist sicher, dass die keine Tüftler haben, keinen einzelnen Mac Dietrich organisierte Karte anviertigen sie haben wahrscheinlich jemanden, das zu tun du hast ein Punkt es ist besser, dass sicherer sein als in der Rückkehr ich brauchte eh nicht, ich brauch das eher, das Zeug wie versperrt ja, wir kommen jetzt runter ach, da ist ne Tür energiezelle gutes menschli kackengestorben ach, schau, Privatsphäre wird hier echt nicht großgeschrieben, ne? ja, ne, beim scheißen zuschauen, ne? oh man, aber da ist eine Ruhe dann wird's wahrscheinlich noch vom Lohnabzug ich seh, es kann man uch Mädels ich decke euch gern, kein Thema wo flippe ich hier? achso, ja, hat er gesagt, ich hab's überhaupt mal da und da was rasch da ah, cool, da geht's auch noch, wenn ich gerade den Weg aussehen, kann das sein? achja, das ist ne Tür mhm, mhm da ist nix drin, da ist was boah, mach los so, anlässt looten Achtung, bitte wenn sie uns nicht empfehlen wollen, warum würden sie es abziehen? oh, ab, die ist immer so oi, oi kam großem Rinde raus schlossknacken, bitte ja, genau so levelt man leute und was haben wir ein paar wissenschaftliche eingesperrt wir haben buch gefunden kann aber nix mit anfangen, oder? finde ich schade weder leser noch sonst sonst das kannst du inspizieren wow, ne keycard wow, ne keycard wow, ne keycard ne hup, das wollte ich jetzt nicht sooo bitte befehle eingeben als sie tippen kann ich nix ja gut ja, dafür gab es auch fett xp, man rüstungsteile adreno merkwank benutzen sodele äh zerlegen das würde ich zerlegen weil da haben wir ein paar das ist ja 215 achso, die sind unsere Waffen reparieren erstmal das kann man da reparieren ahja, die kann man nehmen, das passt ahja, die kann man nehmen, das passt tüfteln okay, wir können nicht alles zerlegen so ein Stab zum Beispiel geht nicht das ist interessant Mad installieren äh Scheinstyp Schock lass mal oh, Magazin Größe ja, mach mal äh äh Nachrüstungsmultiplikator nö, da geht es mir zu weit runter das möchte ich nicht äh Nahkampf Waffenhaltbarkeit okay was ist das? starten durch aufgeladen angriff plus 20 oh cool und ist bereits verbaut achso schrotflinde schrotflinde schussgeräusch minus 90 geschah plus 25 uuuuuh nach einer Session kann diese Mad nicht entschönt werden hopp äh äh das ist die Plasma das ist die Plasma schock Plasma hat sich doch gut ein ja so was ist mit dir das haben wir ja schon wie sie installiert öfteln öfteln ja 500 find ich cool da kann man unsere Rüstung erhöhen ja so ist man zum Beispiel auch zerlege einfach zack weg die 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 da kann das weg so haben wir zwar schon mal das passt was ist das ach ja weg mit so gut Das war jetzt nicht so wirklich relevant, was aussieht. Eine andere Frage stellt sich gerade, wie kommen wir jetzt da runter? Ach, da ist die Tür. Hallo? Hat er keinen Zug geklappt, wie ich wollte. Mama! Ich speichere mal. Haben wir nicht Granaten? Okay. Das war nice. Das sind die Vanditen, oder? Wo ist denn der? Der hat gesessen. Alle gut? So. Lalalalalalalalalalalalalala. Da kann es aber nur gut, wenn man so viele Looter kann. Oh, Süßigkeiten, Candice. Yay! Oh, ich habe die übersehen, sorry. Dich Hammer, Dich Hammer. Her damit. So. Der Kühlschrank ist leer. Schade. Der Kühlschrank ist leer. Er hat nicht gesagt, wir finden sich im unteren Stocks im Büro. Wir sind eh da runter gleich. Ah, guck mal einer an, was wir da haben. Für die Ellie, für die Liebe. macht die 16 26 da so ein bisschen geschützt was macht ein kopf 19 nein zerlegen ja ich weiß sie sind ein bisschen träger aber ist egal gegen das mal so das war da ich meine meine gotts mind if i grab a few souvenirs naja könnte man so sagen ein aufkleber aus diesem kanister besagt auch die clear raps und weg der betäubt garantiert selbst das größte raptoiden mindestens sechs stunden lang und verbreitet einen erfrischenden duft und nachdefinitionsmittel während der gas versprügungsanlage könnte dieser kanister noch sehr nützlich sein okay nachrichten von finlay du hast mir versichert die neue raptoiden zum mittagessen wären hallo aber ich habe plötzlich eine menge beschwerden im verzeichnis unregelmäßige lexien nachmittag zwischen 14 23 14 43 eine probe davon habe ich dir in ein postfach hinterlassen orsen ich habe mir unsere roboterteile zurückgeholt wenn du noch mal was aus der wartung klaus klatscht ist so laut dass man es noch in bisantium hört wir haben schon genug probleme damit unsere dosen am laufen zu halten hey orsen wenn du willst gibt es heute abend wieder eine neue fuhre konzentriertes destillat 17 uhr draußen vor dem tor höchst interessant hier alles aber dass sie den so weg getippelt hat alter jesus thomas strange wir haben seine leute mitgenommen hey you over here ja oh good you're not shooting at me that's a start it's been a bit of a day so I'll get to the point yes I have cranes research no I'm not giving it back sorry to disappoint you du schätzt mich falsch ein ich habe keine ahnung wovon du redest lügen stimmt genau quinn hat mich eingehört damit ich mich um dich kümmere I suppose it does not matter either cranes and you or you are some scavenger come to rob me in my moment we can say knallig ab let's make a deal I'd like to go on living you'd probably like to make some money help me get out of here and I will pay you for your trouble du musst mir schon ein besseres angebot machen und ich könnte mir den ganzen stress sparen und dich erschießen gespräch verlassen same reason you are more than likely I imagine we picked up the same tip secret research facility abandoned town minimal security and I feel no fault nach minimaler sicherheit sieht mir das hier nicht aus und flassen auch nicht oh please I'm not shaking down valuables from hapless travelers I'm stealing corporate secrets this is an underground lab off the radar that means their research is secret and secrets are always valuable granted diet toothpaste is not exactly what comes to mind when I imagine secret research and underground labs ist nicht schlechtes ich habe gehört du kannst diet toothpaste can you imagine more pernicious example of corporate materialism I do not know what is worse working here or dying here hmmm also hast du alles auf dich genommen am ende eine formel für die jetzt ein paar zu stehen ist glaube ich ja nicht gut dass du die zeit in der inspektion findest so kurz vor dem tod ich glaube die liegt uns gerade an this job was not supposed to end with me stuck in some wretched lab smelling like wraps so I would be very much obliged if you gave me a break hmm fun woman of you mean other than the satisfaction of doing me a good turn trust me I'll make it worth your while ah yeah I am good for my word you will be equitably rewarded on my honor but I will not haggle or bargain with you until you help me das brauchst du the first thing I need is a key card to unlock my door then I'd need you to clear me a path out of here there are two ways out the quickest is through the front door but cleo security is bottled up in there if you don't want to shoot them I suppose you could talk to them the other way out is through the loading bay but you'd have to clear out the wraps for me then I could just slip out the back side unseen you and I are on the same side we both possess the means to fight back against a tyrannical and oppressive corporate regime im grunde hat es ja nicht unrecht weil es ist echt pervers was da abgeht im lade du dich äh wehren willst du hier unten versteckst möchte ich mal sehen mhm das konzernregime ist ziemlich großzügig zu freyschaften wie mir we are all of us trapped you me the scientists this is not a colony it is a slave camp yes we rated the lab shots and guards killed a few scientists in the crossfire but it was all for a higher cause you can say all wars have casualties i regret taking a life but we were doing them a mercy better to die than live in a state of slavery and then there is a loss there is a bit pervers now but naja ich bedau es leben ausgelöst zu haben aber es äh war wirklich eine gnade lieber sterben als in der sklaverei zu leben mhm hochtreiben für eine einfache banditen all das geräte befreien befragen aber ohne meine hilfsstück zu hünden fest das stimmt we are all of us trapped you me the scientists this is not a colony it is a slave camp yes we rated the lab shots and guards ja das weiß ich ja schon ja gut die frage naja wir gucken mal you might be the first stroke of luck i've had all day thank you i mean you're dead wo gerade ich da rein wenn ich die aus der patsche helfe gute frage überzeugen ich kenne die wachen überzeugen abzuhauen aber seine leute müssen sie müssen sie unbeschallt passieren lassen jetzt machen wir anders sagen was wir würden ihr habt ja genau erraten dann sind apex predator native to the jungles of monarch they are entirely unsuited to life on terror to which may account for their horrible temper and appetite du wartest jetzt als ich mich beim ganzen rudel von denen anleger oh für goodness sake they are just animals aggressive territorial frightened and very probably hungry animals but they died of gunfire like anything else i do remember one of those feckless scientists yammering something about a raptadons suppression system für die wissen schaffte der stolz wahrscheinlich i know i left his body where i shot him warte hier take your time i am to my chagrin not going anywhere okay dann speichern wir jetzt mal kurz wir die ja schon im hintergrund okay sie haben deine kummer der nächste aufnahme wie wird er dann helfen können und was man am besten aus der setze machen wir glauben es einfach klauen oder unterlagen sie kriegt sie mit wäre natürlich ein plan da müssen wir mal gucken wie es geht bis dahin auf wiedersehen tschüss weinstein 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 Vielen Dank.